Einer der Weltmarktführer in Sachen K-Carbon-Verarbeitung treibt den Leichtbau auf die Spitze. Der stradale L-Arz-Sportwagen des Rennwagenherstellers Dallara, der auf die Straße darf. Fahr-Aff. GRIP testet das ultra-leichte Hyper-Car-Car-Exklusive EVE im deutschen Fernsehen. 400 SS-Carbon-Cock. Gewicht unter 1000 Kilo. Roli. Kann das nicht nix oder kann es was? Das ist genau das, was wir heute rausfinden werden. Feuer! Ayo! Der Dallara Stradale wiegt nur 55 Kilo. 3,3 Tonne weniger als ein Porsche GT3 RS. S. S. Knapp 400 Jahre Erfahrung im Rennwagenbau, OAU und das Hau beim Thema Carbon nun machen sich da bezahlt. Von der Formel 1 bis zur amerikanischen Formel 1. Die Italiener gelten als eine der besten Rennwagenschmieden weltweit. Ich versuche die ganze Zeit rauszufinden an welchem Land. Nif es so, ach das mal geht in der Huse. Stop, der in die Mischung gaben der Rennzepp. Werd in das Land, der ich noch nicht, lass nicht. Welches Fahrzeug mich der hier erinnert und ich werde ehrlich gesagt so richtig fündig. So ein bisschen hat es was Corvette-esk. Wir gehen mal komplett außen rum, schöne Seitenlinie, ganz flach. Guckt ihr euch mal an, wie niedrig das ist. Sehr wiss. Diese Kurve hier durchfahren wir mit 55 Stundenkilometern. 55. Da würdest du mit jedem Auto richtig, richtig schwitzige Händchen kriegen. Mit dem hier denkst du mir nur so, okay, ich gehe wieder ans Gas. Sass! Die Lenkung erzählt hier alle Lachen über die Straße. Es gibt leichte Schläge, wenn es auf der Straße leichte Schläge gibt.